Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stormlocks. So, diesmal wirklich Wither. Hopefully und so. Mal gucken. Ja, gut, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Wir werden sehen, ob wir hier jetzt einen Wither in der Base haben, immer oder nicht. Hallo Kleidermann. Oh Gott, er wird, oh Gott, kann ich bitte? Und mich hier verstecken. Er hat auch echt alles gesprengt, Alter. Wie er voll der Übertreiber ist. No. Chill. Boy. Immerhin bleibt er da, wo er hingehen soll. So, ein Schuss noch, glaube ich. Ja. Boom. Huh. Wither in the soul? Was war das nochmal? Zum, zum... Netherstar Crooks? Was war das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Okay. Okay, gut. Ähm, das war doch... Hätte schlimmer werden können. Hätte schlimmer sein können. Wer gibt mir das? Dankeschön. Okay. Ähm. Einer noch. Hab ich Lack? Ich hab Lack drauf. Gut. Das heißt, mit dem Schwert, wenn ich ihn damit töte... Oh, das Premium gibt's ja auch. Stimmt. Ganz vergessen, dass es das auch noch gibt. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. So. Next one, please. Okay. Okay. Das scheint doch recht sicher zu wirken. Achso. Ist noch. Okay. Hi. Auf den Körper, auf die Rippe. Mittlere Rippe ist die Schwachstelle. Boom. Again. Okay. Nummer zwei. Wuhu. So. Jetzt machen wir ganz kurz das F7 an und tun hier kurz alles ausleuchten, bevor wir mir die... Ups. Riesenmonster... Massen... Spornen. Alter. Der hat aber auch echt tiefe... tiefe Furchen hinterlassen. What bist du? Ach, das war ein Block. Cool. So. Okay. Bis später. Ruther Farm oder Ruther Cage. So, Freunde. Dann können wir das... Alter, das geht mir jetzt schon umsacken. So nicht. Nach nicht leggen. Hier gibt's keinen Grund zu leggen. Na, vielleicht doch, aber trotzdem. So. Okay. Boom. Boom. So. Jo. Jetzt. 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 Brauchen wir unsere... With... The... The... Nether. 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 The... Was ist denn? Nether. Da. Seeds. Boom. Äh. Wo sind meine Anlass-Stars hin? Achso, die heißen Anlass. Die heißen... North Star? Ja. Oh Gott, geht das überhaupt? Oh ja, es geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Oh ja. Okay. Welche schmeiß mal raus? Ich schmeiß dich raus und du bist ausgetauscht. Möchtest hier drei. Oh nein. Auf was muss das angepflanzt werden? Oh shit. Oh nein. Oh nein. Nein. Nö. Nein. Wusste ich doch. Irgendwas Böses war dabei gewesen. Zwei Nether Stars brauche ich noch. Und... What? Are you fucking serious? Oh. Was ist denn? Awaken... Obwohl hier... Mh... Nether? Wart mal. Star Chicken gibt's nicht. Mist. Aber an Awakened Draconium. Nehme mal hin. Shit. 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 Bubbeldi. Bubbeldi. Buh. Mist. Okay. Das war jetzt sehr unvorhergesehen. Hätte ich mir eigentlich denken können. Verdammt. Es ist nie so einfach. Mist. Ach. Gut. Inzanium. Du brauchst da noch ein bisschen. Ähm. Ich brauche da... Wie viel war das? Ähm. 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 Und noch zwei Netherstars. Ja gut. Da sind wir jetzt noch fünf von entfernt. Das ist jetzt nicht die Welt. Wir haben noch das zu... Genau. Die hab ich noch. Die kann ich noch eben oben wandeln lassen. Dann haben wir das... Auch schon mal. Ja. Wunderbar. Noch zwei. Und dann ist... Stop. Sie sind hier nicht erwünscht. Lass... Es... Drei. Manno. Wie weit reicht denn mit meinem Monitor? Äh. Ich glaube, er wird nicht bis zur Hühnerfarm reichen, oder? Ah. Ja. Verdammt. Schade. So, wie schaut sie aus? Fünf, 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 fünf. Irgendwas. Sehr gut. Fünf, fünf, vier, fünf. Fünf. Und so weiter. So. Dann... Proben wir uns mal ganz schnell den... Acceleration. Acceleration. Außer, der steht. Der ist nicht im System. Acceleration. Warum ist der leer? Und wo ist meine Batterie? So. Äh. Jetzt machen wir mal ganz kurz einmal die Hühnchen. Dann machen wir schon mal die... Ähm. Diamant-Hühnchen. Hallo. Der wurde nicht richtig eingestellt. Ähm. Plus. Fastest. Dankeschön. Oh. Nicht werfen. Oh Gott. So. Das ist schon mal ganz gut. Ganz angenehme Geschwindigkeit. Okay. Ach ja. Plup. Plup. Äh. Was war das dann? Eisen mit... Glas, ne? Ne. Gold. Das war noch mal durch. Einmal durchdingseln. Und die Glas. Wo ist mein Glas? Chicken. Le Glas. Das ist nur 1, 1, 1. Wir gucken mal, wie gut das funktioniert. Oder wie schlecht. Meinst du nicht ganz? Mal sehen. Okay. Irgendwann geht es jetzt im Glück sehr, sehr schnell, was echt angenehm ist. Ich könnte das Glas Chicken erstmal hier reinsetzen. Das sieht so doof aus, ey. Yeah. Und schon gehen sie echt rasant. Uuhuhuhu. Plup. So. Läuft. Und dann geht es auch mal ganz, ganz schnell. Das ist mal gut. 10, 10, 10. Yeah, yeah, yeah. Ich mache aber jetzt ein bisschen 2 davon, damit man sie mal noch gut prüfen kann. So. 2, 10, 10, 10er. Du kommst raus. Du kommst einmal hier rein. Und eins kommt. In das System. Also. Storage. Boom. Das Glas Chicken. Upsa. Nein. Ja. Gut. Das war jetzt nicht so klug. Wie lange dauert das? Sehr lange. Okay. Das würde so nicht funktionieren. Wenn ich dich hier was ausbrüten lasse. Du tust dich nicht vermehren. Du tust nur... Stimmt. Wie? Nether Quartz und Redstone schicken. Nether Quartz und Redstone schicken. Oh, du bist auch noch nicht hoch. Mist. Sand und Red. Sind die 10, 10? Fast. Manchmal muss man nochmal die Umwege gehen. Einfach. Hoppala. Komm zurück. Um es nicht einfach zu machen. 7, 7. Ach Quatsch. Was mache ich denn da? Äh doch. Was? Ne. Das ist alles korrekt. Ah. Jetzt kann ich das dann schicken. Aber ganz kurz eben einmal. Ne? Upgraden. Wo wir da dabei sind. Die gehen richtig schnell. Weil je, ich sag mal, unwichtiger sie sind, desto schneller geht's auch. Zwei Zehner. Eins kommt. Ne. Das kommt da. Das kommt da. Du kommst hier. Und die kommen da. Dann machen wir schnell mal einen Redstone schicken. No. Aha. So. Äh. Die dürfen wir noch raus. So. Die. Weil die so schön stacken als 10, 10, 10er. Kann man die auch wieder rausnehmen. Und du bist. Nein. Redstone. Und. Redstone. Die werden auch rekombiniert. Wie schnell bist du. Aufteilen. Oh. Recht langsam wieder. Das mache ich dann wieder offscreen am besten. Sonst dauert es echt zu lange. Flipp. Und. Ja. So. Zwei Wither noch verprügeln. Zwei Wither-Köpfchen. Kann ich eigentlich das Ding Explosions-Proof machen? Ich könnte es mal testen. Das war Wither-Proof. Reinforced. Sieben. Ich brauche. 22. 25. Ich glaube um die 25. Hui. Aber ja. Speed könnten wir uns eventuell auch mal anschaffen. Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Das dann. Ähm. Zuerst mal hier oben gucken. Stimmt. Die Seiten muss ich auch nochmal machen. Ah. Äh. Bist du die Seiten hier am schlimmsten gewesen? Und wahrscheinlich auch. Ja. Vielleicht bringt das ja was. Ich habe keine Ahnung. so. Okay. Und die auch dicht machen. Dann. Tut es ja glaube ich auch nicht mehr ganz so doll rausschießen. Das finde ich korrekt. Bin ich bereit? Ich habe dies, das, jenes. Ja. Die hat einen Hut. Welch passender Hut. Währenddessen. Meanwhile. Hanudaim. Ja. Ouh. Ah das. Van, van, van. Au Stop it Autsch Dankeschön Ähm Uh, so premium Ich frau mich immer wieder Ähm Was essen, genau Was essen Und direkt einen neuen bauen Okay Okay Mal nachladen Au Ein kann ich noch Okidoki Licht Hier ist alles stehen geblieben Tatsache Ha Sehr gut Schön, schön, schön Okay, das ist nur das Problem Dass es hier so rausgeschossen kommt Buf Okay, cool Cool, cool, cool Ich glaube, wir könnten sogar Fast die Premiums Die Insaneums zusammen haben Wie gesagt, 19 18 Ah, genau Steuern wir die beiden noch bei Vielleicht Ja, das hilft Sogar Perfekt Okay Das ist scheißteuer Das sage ich euch Ähm Obwohl, habe ich gesagt 20 Ich Das Kriegen wir schon hin Ähm Äh Den Den Stimmt, den einen Krux habt ihr schon bekommen Den Ender Enddrachen End Äh Dragon Egg Krux Ach, was weiß ich Krux Tatsache, es gibt echt einen Krux dafür Shit 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 Aber wir machen ja eh Das Hühnchen ist auch von da Ist es egal Okay Zweimal Blöcke Autschi Das tut weh Gut Einer fehlt noch Wie viel fehlt dafür noch? Nicht mehr so viel Schön Genau das fehlt noch Ich geh direkt unten ablegen Äh, du nicht Yay Oh mein Gott, dann haben wir das auch geschafft Dann Das haben wir echt noch diese Folge geschafft Das gibt es doch gar nicht Das gibt es doch gar nicht Doch Bei Rollo Ui Boom Netter Krux Und unsere Seeds Nicht vergessen Und damit haben wir jetzt mal Irgendwie Eine halbe Million Bin viel Was ist denn nun? Bin viel überaus geballert, ey Puh Was ist denn nun? Entschuldigung Oh, ah Oh, mh Äh, 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 also Ne, okay Extrem uneffektiv Pinheiro Naja, Finanzierung Gleichねぇ machen. Kann man das automatisieren? Bestimmt. Hm. Farm. Was haben wir denn zur Auswahl hier eigentlich? Wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ich habe gehört, dass... Ah, den Actual Editions Farmer ist auf jeden Fall günstig. Der tut auch, glaube ich, nur rechts klicken, oder? Testen mal. Was fehlt? Ein Nori-Crystal-Blöcker? Okay. Dankeschön. Gut. Boom. Dort. Das. Und ein Hof zum Töten. Hm. Hm. Wo packe ich denn das am besten nicht? Am besten gar nicht mal so weit weg, hm? Tut der irgendwie ein Out-Button? Weiß nicht. Weiß nicht. Ähm. Hm. So, der Krux. So, der Krux. Dirt. Tilt. Oh, Wasser. Growth Crystal. Am besten 20, 30 Stück. Ja. Hm. 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 Dann müssen wir gucken, ob die nicht zu viel Leck verursachen. Eventuell. Ich weiß es nicht. Ähm. 10 Blöcke auf und runter. Also. 1, 2, 3, 4. 5. M. M. Bist du bescheuert? Also wenn das jetzt nicht rasant wächst, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Rasant! Akzentration! Gleich zwei! Ui! Akzentration! 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 Reines Rechtsklicken geht auch, ne? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, jedenfalls. Das sind unsere ersten Shards. Wie viele Shards brauche ich für ein Lethalstar? Drei nur. Oh, das geht ja. Das geht ja. Okay, gut. So. Lethalstar Shards sind angebaut. Da haben wir heute aber einiges geschafft. Ähm. Was sagen eigentlich die Quests dazu? Qu- Quest. Ach ja. Claimen. Claim. Ach ja, mein Quantum Tank. So, Freunde. Punchy Sticks. Yay. Lithium. Yay. Der ja. Okay. Ähm. Ja. So viel dazu. Wir können die noch abklappern. Dafür muss ich vor allem die... Oh. Ne, Patterns. Mhm. Go. Die, ähm... We. 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 Add refined storage, die Speicher-Teile mal einspeichern. Das kann erst mal weg. Du auch? So. Hm. Du. Ähm. Und du. Und du. So. Sehr schön. Dann, ähm, brauche ich jetzt, äh... Böp, 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 für die 1k. Ich brauche... Was habe ich hier? 64k. Ja, den klaue ich mir. Also brauche ich einen 16k. Zu allererst, damit du schon mal anfangen kannst zu craften. Obwohl ich hätte... Obwohl ich muss ja auch... Ähm, muss ja... Craften, leider. Meh, meh, meh. Meh, meh, meh. Alles meh. Warte mal hier eigentlich. Silk Touch. Wotten. Hast du nicht gesehen? Brauche ich nicht. Ähm. Die... Kann ich das Craften noch... Upgraden im Speed? Außer... Hm. Crafting Monitor will ich auch mal haben. Damit ich sehen kann, wie lange es auch braucht. Und die Batterie kann gerne wieder... Geladen werden. Schwupp. So. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Äpfel nicht aus der Hand geben. No, no, no. Gut, ich kann schon mal wieder neu schmelzen gehen. Neue Äpfel schmelzen. Ähm. 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 Auch hier. Ach ja, Upgrades. Upgrade für die Furness. Furness, Furness. Die kann ich auch mal direkt einspeichern. Das ist ein Geos. Äh. Geer. Kopfagier. Oh mein Gott, entspanne ich doch mal, du doofes Ding. Und Zinn-Gier. Bronzekupfer. Okay, die sehen sich zu ähnlich. Ähm. Ein Silbergeer. Okay. Irgendwann muss ich immer noch beibringen. Dafür klaue ich dich. Da brauche ich einen Kr-K-K-K-K-K-K-Kräfter. Kr-Kräfter. Und einen Importer. So. Schwupp. Schwupp. Oben Input. Unten Output. Oben. Crafter. Eingeschlossen bist du. So. Ja. Du bekommst deine Rezepte. Dann machst du aus. Ach nee, brauche ich gar nicht. Elektrum brauche ich. Aber Inva. Inva brauche ich. Puh, ich glaube, ich sollte Inva lieber anbauen. Weil ich keinen Nickel habe. Und weil ich sollte lieber einen Nickel anbauen. Ja. Nickel Seeds. Okay. Oh, die kann ich auch mal... Stimmt, die kann ich auch direkt mal einspeichern. Habe ich das schon? Da. Die. Danke. Und... Und... Eine... Dingense. Ach, Quatsch. Augment... Aug, aug. Aug. Moment. So. Processing Speed. Nope. Sleep. Uch. Mein Gott. Nervt doch nicht. So. Ähm. So viel dazu. Nickel Seeds. Also, ich brauche Crafting Seeds. Habe ich noch Crafting... T5 Crafting Seeds. Das ist ein bisschen... Bisschen... Bisschen hoch. Habe ich noch... Frost... Frost... Ich habe kein Frost Palpatine mehr. Das war... Nochmal aus was gesiftet? Aus... Sand? Und... Ich glaube im Diamond, ne? Im Diamond, ja. Holy Moly. Okay. Das... C steht da noch. Mit einem String, weil ich... Nach einem Sitzling... Gesiftet habe. Ist das Diamond Sift? Dann... Ja. Okidoki. Na? Gut. Der tut plötzlich arbeiten. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Huiuiuiuiui. So. Leider gibt es keine Prosperity Seeds. Dass man sich selbst mal anbauen kann. Bisschen blöd. Leider. Aber es gibt... Gibt es nicht einen Prosperity Hool? Puh. Gute Frage. Ihr guckt mal. Ne. Gibt nur ein Erz. Schade. Schade, schade. Na gut. So. Dit kommt erstmal alles hin, weil ich das nicht verarbeiten will. Das ist mir zu doof. So. Dup, 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 dup. Also. Ähm. Ich wollte einspeichern. Potentium? Warum ist hier so viel Potentium drin? Prudentium. Ich habe keine Ahnung. Upsala. Stop it. Hm. Komisch. Ähm. Das kommt hier hin. Okay. Also. Wir craften... aus Insanium. Mein Gott. Dieses Ding ist irgendwie... nicht gut drauf heute. Und craften lässt es mich auch nicht. Das ist nicht nett. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwie so. Ähm. Okay. Blau. Aus... Blau wird... Orange. Aus... Orange... wird grün. Und dann... habe ich keine Patterns mehr. Aus grün wird... weil das keine gute Idee ist, weil das sofort exportiert wird. Ähm. Das ist problematisch. Ähm. 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 Ja gut. Das ist jetzt blöd. Ähm. Müssen wir trotzdem durch. Kriegen wir auch so hin. Okay. Also. Schön nach Farbe sortiert. Hihi. Und dann... Tense Crafting Seed. Und da ich jetzt auch eh alles klein habe. Mystical. Ne. Können wir das auch direkt so machen. Also. Was habe ich gesagt? Ähm. Auch blau. Okay. So. Und. Nickel. See. Sui. Feini. Fein. So. Hier habe ich schon mal Platz gemacht. Wie praktisch. Du kommst da hin. Ich war noch... Nein. Nein. Dritt. Ach. Gott. Mhm. Mhm. Nickel kommt dorthin. Nickel kommt dorthin. Ja. Wie schaut's aus? Oh, schaut ganz gut aus. Wunderbar. Hihihi. Ah. Herrlich. So. Okay. Soviel dazu. Nickel. Okay. Dann habe ich schon genug Nickel? Nickel. Nee. Nickel, Nickel, Nickel. In Gotts. Direkt gespeichert. Elektrum auch. Ja. Dann wird im Processing wieder gesagt. Eisen. Hm. Und Nickel. Zwei Eisen. Ein Nickel. Man kann die auch auf den Hauf nehmen. Also zwei und eins. Das ergibt, äh, Inva. Und zwar eins, zwei, drei Stück. Boom. So. Und. Ja. Elektrum habe ich ja. Brauche ich nicht. Danke. Nee. Induktions-Welder. So. Kann man den noch einstellen? Auf. Ähm. Hm. Pass schon. Okay. Upgrades. Eine habe ich drin, ne? Das kleine habe ich. Ja. Dann. Das nächste. Processing. Hardened. Geht auch Fused Quartz? Fused. Fused. Ob schon, ne? Ja. Fused Quartz. Oder Harden. Harden Glas. Wie mache ich Harden Glas nochmal gleich? Ach Gott. Ach nein. Normales. Harden Glas. Ist auch ein Eisen, Silber, Harden Glas da. Ach Gottchen. Induktions-Melder. Ein Pulverized Lead mit einem Fused Quartz oder Pulverized Obsidian. Dann. Brauche ich den Pulverizer. Mhm. 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 Kräfter. Ich weiß, sie sind schon wieder spät dran, aber ist jetzt auch egal. Und ein Importer. Und ein bisschen Kabel. Das schaffen wir jetzt auch noch. Hui. Die sind verbunden. So. Du hast unten all dein Output. So, dann. Brauche ich ein Obsidian. Weißt du gar nicht, wie viel da rauskommt. Und ein Led-Dust. Brauchen wir auch noch. So. Obsidian. Und Led. Ja. So. Ein Prozessing. Ein Led wird zum Pülverchen. Ein Obsidian wird zu vier Pülverchen. Und vier Pülverchen und ein Pülverchen-Led wird zu wird wird zu wird zu wird zu wird zu und die geht hier zu ähm Pülverchen-Led und das da nehmt auch die zwei ja ne zwei Harden-Glas Bum. So. Ähm. Induction-Smelter. Pülverizer. Pülverizer. Und normale Rezepte. Für dich Hand Glas. Ja. So viel dazu. Sehr schön. Okidoki. Das hätten wir erstmal alles andere in meiner nächsten Folgen. Ich brauche eine Aufnahmepause mal am Hals. Ist ein wenig geschunden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich mache übrigens zwischendurch die Hühner weiter. Also nicht wundern. Hühner werde ich euch machen. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.